von unseren Jungscher-Nachmittagen und dieses Feeling wollte ich auch wieder haben, etwas mit echten Leuten zu machen und die Darstellerinnen und Darstellern, die im Buchtrailer vorkommen oder in den Videos vorkommen, das sind alles auch echte Jungscherler sozusagen und ich kannte die noch, das ist so die letzte Generation, die ich sozusagen noch kannte und hatte die schon irgendwie im Kopf und dann habe ich die einfach angefragt und die waren sofort mit dabei. Der Filmemacher, ich arbeite mit einem Filmemacher zusammen, weil alleine könnte ich diese Qualität nicht...